So, dann wollen wir den Juhl mal weg haben hier. Oh, hat nicht geklappt. Boah, Lila, Linda, ist das dein fucking scheiß Ernst? Boah, das gibt Krieg, man. Du hast mich runtergeschubst. Erstmal können wir sprechen. Abschaust du, Linda. Alter, die scheiß zwei Bomben. Ihr dummen Arsch. Ja, die hat mich aufgetroffen. Ich bin zwölfter.